Liebe Prüfungsaufsichten, ich wende mich erstmals an Sie in einer Videobotschaft, aber in diesem Jahr hat der Wahnsinn einen Namen, Corona. Wir haben es nicht wie sonst mit 10 Prüfungsorten zu tun, sondern mit über 80 Prüfungsorten zu tun. Viele von Ihnen haben auch noch in die Aufsicht geführt, weil wir haben in diesem Jahr fast 120 Prüfungsaufsichten, die uns unterstützen. Dafür im Namen der Industrie- und Handelskammer, aber auch in meinem Namen ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir können gar nicht die Wertschätzung, die wir dafür haben, mit Worten ausdrücken. Etwas ist mir ganz wichtig. Wir haben sehr viele Pandemievorschriften erarbeitet und wir sorgen für Ihre Gesundheit. Denn Ihre Gesundheit, die Gesundheit der Prüflinge, wie aber auch die Gesundheit unserer Mitarbeiter, stehen in diesen schwierigen Zeiten an erster Stelle. Sie sind das erste Gesicht, was ein Prüfling erleben wird, wenn er zu der Prüfung kommt. Bitte nehmen Sie Ängste, weil Vorbereitung weder in Berufsschulen noch in Betrieben noch in überbetrieblichen Ausbildungsstätten in der gewohnten Manier stattfinden konnten. Wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, bekommen wir das auch hin. Bitte unterstützen Sie uns und bei Fragen sprechen Sie die Kolleginnen an, die immer auch vor Ort sind, die wissen, wie alles ganz genau ablaufen muss und helfen Ihnen. Bleiben Sie uns bewogen. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Ihr Jürgen Hindenberg Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank.